Sie haben eine überzeugende erste Hälfte gespielt. Wenn Sie weiter konzentriert bleiben, dürfte in Durchgang 2 nicht mehr viel passieren. Ich weiß nicht, ob der Schuss von dort die beste Idee war. Also keine Gefahr. Ah, kein guter Abschlag. Was können Sie jetzt draus machen? Ja, nimmt sich einfach mal im Herz. Schuss aus der Distanz, aber keine große Torgefahr. Nee, das war dann am Ende doch zu unpräzise. Da hat eine Menge gefehlt. Jetzt ist es gefährlich. Jetzt ist Platz für den Konter. Gute Chance. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Sie brauchen natürlich den Ball. So wird es... Viel zu hart. Was macht der Schiri? Gibt das rot. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Da passt alles. Super Tor. Und jetzt stehen sie wieder im Mittelkreis. Sie treffen selbst. Sie bekommen die Tore rein. So Spiele gibt es halt manchmal. Der Ballverlust. Sieht gefährlich aus. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Schöne Aktion. Gefährlich. Macht er gut. Klasse Pass. Frankfurt mit dem Tor. Noch ein Tor. Die Führung damit ausgebaut. Ja, so langsam können sie wohl einen Gang zurückschalten. Sie liegen deutlich vorn. Vorteil ist angezeigt. Gut verhoben, Parteien. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Fängt diesen Ball ab. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Jetzt ist der Platz da. Er läuft ganz alleine aufs Tor zu, aber macht ihn nicht rein. Der Torhüter reagiert gut und bleibt Sieger. Den Ball hat die Abwehr. Jetzt der Ballverlust. Voller Einsatz hier. Sie haben den Ball. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist verdan. Das ist leichtsinnig. Der läuft der Torwart mit dem Ball nach vorne. Schönes Zuspiel hier. Kann er was draus machen? Ich glaube, aus der Distanz wird das dann doch eher nichts. Ja, das Tor war frei, aber trotzdem. Den musst du erst mal von dort aus treffen. Ganz sicher macht er den rein. Und dann auch aus der Entfernung. Die Entfernung ist echt erheblich. Absolut. Und so eine Schuss, die nutzt nicht jeder, aber er hat die Dinger drauf. Ja, Tussi fast an der Seitenlinie. Es gibt einen Spielerwechsel bei... Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Schöner Steilpass. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Könnte in Konter geben. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Was macht er draus? Tor für die Eintracht. Da war der Torhüter noch dran. Aber da ist zu viel Power hinter diesem Ball. Er hat letztlich keine Chance. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Toller Pass. Boah, gefährlich. Das war einfach für den Torwart. Und da geht er wieder so rein, obwohl er schon gelb hat. Gefährlich. Gute Aktion. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Das ist jetzt seine Chance. Kein Tor. Aber das war schon unglaublich, wie sie da angerauscht kamen. Unaufhaltsam. Das war ein toller Konter. Es bleiben hier noch acht Minuten. Tolles Zuspiel. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Das war schon. Bis zu Often. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Blick zur Uhr, noch sieben Minuten Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit Der ist drin! Das ist bezeichnend für dieses Spiel Sie liegen schon deutlich vorne, aber lassen nicht locker Bei viel Gegenwehr kommt da jetzt natürlich auch Freistoß! Und der hat auch schon gelb Da muss er doch besser aufpassen Sieht gefährlich aus Gut gemacht, gutes Technik Vielleicht die Konterchance Weiter mit dem Vorteil Ganz starke Aktion vom Torhüter Sie führen die Ecke kurz aus Keine gute Leistung heute, aber hier ist der Torwart mal zur Stelle Es gibt halt so Tage, er lässt den Kopf wenigstens nicht hängen, sondern versucht noch das Beste rauszuholen, so wie in dieser Szene So, der Ball ist erstmal weg Schöner Einsatz, wichtig, dass sie da klären Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden Kipper ist da, Kipper hat den Ball, aber das war knapp Und jetzt die Chance Gute Chance Jetzt kann er den Ball reinbringen Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg Mit viel Auge holen sie sich da den Ball, klasse Das war der Schlussbild Das Spiel ist vorbei In der Form, die er heute gezeigt hat